hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen part von final fantasy 10 im letzten part haben wir uns ein bisschen in kilika umgesehen und haben den rest was von kilika noch übriges eingesehen haben ein bisschen ein paar items abgestoppt sowie ein all bad büchlein und sind nun auf dem weg zum tempel und die liebe juna hat sich in titel verknallt also ist von der vermutung dass sie sich verknallt haben weil sie ja eingedeutet dass es eigentlich egal ist dass die das nicht sehr guten monstern umgehen kann beziehungsweise kämpfen kann ihr genügt die nähe von tils also mal gucken so und hier ist eine hängebrücke auch gottes habe ich mich erschreckt ich schwere wieder mal fahren ist was ist exfeu noch mal schützt für hitze elementar in kassorten kinder holen wir noch mal noch warten weil fahr ist deswegen überspringen ich bin echt überlegen ob ich das raus schneiden kann ich raus schneiden soll verkürzen soll weil irgendwie dauert das gar ein bisschen lange wenn ich werde jetzt nicht so oft die bestie rufen aber mal gucken mal schall schwingen das war beinhardt und salamander getötet und die biene die bürgerwehr übt für die offensiv wenn ihr schienstuppe seht sagt es mir also in meinem schlauen bücheln steht drinnen dass der gegner optional ist ich bin nicht sicher ob ich mir den antun will ich mein ich mein hm 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 Bisschen schonend umgehen. So, was kriegen wir hier? Wir kriegen hier Magie und zwei. Das hört sich cool an. Wir würden einen Zauberabwehr kriegen. Nein, bewegen. Eins. Und dann möchte ich noch ein Wunderspherroiden benutzen. Perfekt. Ach, versuchen wir es einfach mal. So. Keine Ahnung, was ich mit dir machen soll. Willst du eine Bombe werfen? Warum musst du hier als erstes anfangen? Warte, ich hole... Erstmal die das rein, ja? Autsch. So. Kimahri. Kimahri, du kannst ja Drago nicht machen, ne? Und du? Mach ich Feuer. Na komm, ich lass Tidus drinnen und lass angreifen. Ui. Dann hole ich Luna rein. Äh, Luna, Medica. Ich bin ich schon wieder vergiftet. Das finde ich ja mal nicht so toll. Äh, Tidus. Äh, Tidus. Wir haben Attitude. Verwendest du das bitte bei dir selbst? Und dann lass ich, man, Juna, dich heilen. Kannst du bitte aufhören. Kannst du bitte aufhören, Tidus dauernd anzugreifen? Oh, Tidus. Oh, Tidus kann Extase machen. Oh, ich glaub, das kann ich wieder nicht, ne? Das war das Bescheuerte, ne? Äh, Tidus. Du machst wieder Weiß-Magie und darfst jedes wieder heilen. Tidus. 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 Machenwflowing. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ne? Ich wüsste nicht, was ich mit dir jetzt machen hätte sollen. Jetzt greift er an, oder? Küsschen nickt. Nein. Huch. Ich verfahre sie beschwören Ich finde das doof, dass der jetzt pennt, ne? Erdbeben! So Erdbeben, falls nicht mehr so flappi, aber Durch, dass ich Angst habe Dass mir hier Lulu drauf geht Gebe ich Lulu sicherheitshalber noch ne Pause Okay, jetzt ist Kymaru-Jong, ne? Ich muss Luna wieder rein Nicht beschwören, sondern mach Weißmagie auf Tidus So Lass wieder Feuer machen So Tidus, du darfst wieder angreifen Sie ist dieses Schöne vergiftet Äh, Weißmagie Medica Okay, bald haben wir einen Daumen Das Küsschen Wasser Wasser Ui Luna Heil dich bitte selbst Ich will nicht, dass du drauf gehst Ähm, ich hole mal schnell Wacker rein, damit die auch ein bisschen Erfahrung kriegt Ich bin Tidus Nee, ich bleib einfach nicht mal an So So, entweder die Runde Nächste Runde ist er down Okay, nächste Runde erst Magst du auch angreifen? So Perfekt Wir haben Küsschen besiegt So MPs Für Rüder halten Wow Okay Gut, wir haben Küsschen besiegt Dann gehen wir hier weiter rauf Sind wir ein bisschen angeschlagen Ja, von den MP her Aber sonst Geht das ja eigentlich noch Ist hier noch irgendwo was? Ja, eine Truhe und ein Gegner Oh, naja Okay. Feuer, Wasser, 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 Wasser. ach so das andere haben wir schon besiegt ich weiß kurz verwirrt wo das andere monster hin ist sie wird aber immer noch ja ist vergiftet nein fortuna sphäure da halten okay okay viel spaß beim üben geht es überhaupt in die richtige richtung ich glaube ja auch immer dieser gegner wenn nun voller halten bitte du heilen danke und ausrüstung weil wacker haben wir sind gift schlag kälte schlag ich sag mir mal in kälte schlag ich sag mir mal in kälte schlag das bitte nicht lulu also die gegner machen noch recht viel schaden und das finde ich echt löw die gespräche so dann gehen wir mal in den tempel ach so es kommt doch ein gegner was ich nicht hoffe diese stone steps have a history you know yep lord oholland train here at his peak so 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 fehl haha ok Okay, dann will ich kurz speichern. So. Ich habe schon ein Gefühl, dass uns hier einen Boss erwartet, weil sonst wäre hier nicht ein Speicherpunkt davor. Oh, du heilige. Boss 1, Boss 2, Boss... Was? Wie viele Bosse aus? Wie viele Bosse besteht der Kampf? Oh Gott. Ich glaube, wir müssen jetzt auf die Arme gehen, oder? Okay, wir müssen jetzt den Tentakel kaputten. Oh. absolut jetzt wasser auch ja das heißt okay das wusste ich jetzt nicht oh jesu aber ich glaube jetzt machte wieder ein zweifte so ne super mal halt Warum kann ich Lulu nicht heilen? Was ist denn das für ein Spaß? Oh, jetzt kann Lulu ihn angreifen. Ich glaube, es war strategisch, oh doch, ich weiß nicht, kann ich Lulu jetzt heilen? Ja, jetzt kann ich Lulu heilen. Hm, er kann nichts machen, das ist ja nicht doof. Was macht der jetzt? Jetzt wollte ich es dann zeigen. Ja, steht ja lecker aus, ne? Nein, du greifst nicht an, du heilst. Heile mal dich selbst. Gutes? Viel Spaß! Giftsekret. Auch nicht auf Juna. Verdammt! Wie viel mich für mich interessieren, wie viel HP er noch hat. Okay, er hat nicht mehr so viel, aber Juna, du musst jetzt bei dir selbst Medica einsetzen. So, du darfst jetzt angreifen, Titus. Perfekt. Wasser. Schwarz Magie. Feuer. Okay, ich würde gerne jetzt aber Wacker reinholen, weil damit Wacker auch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Ich mach mal einen Blinti. Vielleicht bringt das ja was. Na, verdammt, er ist immun. Naja. Kann man ja vorher nicht riechen. so herumwüten. Oh. Ah, was? Das sollte ihm den Rest geben. Definitiv ja. Oh. Er spuckt Blut. Haha. Mal. 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 Der schöne Boden. Wie süß. das war für lulu blindschlag ich verstehe nicht nur bei eis aber es ist ein kleiner feuer dingsbums nein ich werde jetzt runter gehen und mit dem part beenden weil wir haben den parten schon viel erreicht wir haben zwei bosse gemacht wobei der eine davon optional war und ich bleibe da an diesem blühen buch hängen so perfekt okay ich würde sagen das war es im nächsten part werden wir jetzt weiter zum tempel gehen und hoffentlich ohne weitere boss gegner und ja bis zum nächsten mal ciao